Ihr Spezialist für professionelle Betriebshygiene Longhygienic hat sich im Bereich der professionellen Betriebshygiene seit Jahren auf die Hygieneanforderungen und Spezifikationen verschiedenster Branchen spezialisiert. Mit einem branchenübergreifenden Sortiment aus über 1000 hochqualitativen und zertifizierten Hygieneprodukten setzen wir auf Innovation, hohe Ergiebigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist, dass auch Ihr Unternehmen von einer möglichst smarten, kosten- und ressourcenschonenden Betriebshygiene sowie weiteren wirtschaftlichen Vorteile profitieren. Wie wir das machen, erläutere ich gerne etwas näher. Grundsätzlich gilt, nicht die billigste Lösung ist zugleich die günstigste. Neben reinen Anschaffungskosten gibt es viele weitere, meist unbeachtete Kostenfaktoren, welche die Gesamtkosten der Betriebshygiene drastisch erhöhen. Exakt hier liegt beispielsweise einer unserer Ansatzpunkte. Um Ihre Gesamtkosten gering zu halten, lautet unsere Empfehlung, setzen Sie auf smarte, hochergiebige und innovative Hygienelösungen. Damit sparen Sie nicht nur einiges an Geld, sondern auch Ihre wertvolle Zeit, Personalaufwand, Lagerfläche und weitere hauseigenen Ressourcen. Zugleich gewährleisten Sie die Einhaltung gesetzlicher Hygienevorschriften und Standards. Die Eckpfeiler unserer Firmenphilosophie lauten, nachhaltig entwickeln, innovativ denken und verantwortungsbewusst handeln. So pflanzen wir beispielsweise proaktiv Bäume und belohnen umweltfreundliches Handeln mit unserer Umweltprämie. Unsere Hygieneexperten beraten Sie kostenfrei und unverbindlich. Maßgeschneiderte Angebote unter Einbezug der Bestpreisgarantie inklusive. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.